Moin moin liebe PyroStuffArmy und willkommen zum Test der Classic Dumbum 2G. Gibt gar nicht wieder Produkte von den Dumbum Produkten. Und dann würde ich schon sagen, nach dem Intro geht's direkt los mit dem Test. Bis gleich. Jetzt, okay, dann mach mal die 2G. Ach bitte nicht hier hinstellen. Die scheppern echt dafür, dass sie nur 2G. Richtig gute Teile, Kaufempfehlung. Das war's mit dem Video. Bis dann und bleibt dran. Ciao Leute. Keine Sorge, ja ich nehm dich mit. Oh Tiffany, oh Tiffany, oh Tiffany, du bist mein Babe. Oh Tiffany, oh Tiffany, oh Tiffany, du bist mein Babe. Oh Tiffany, oh Chrome. Oh Siri, oh Tiffany, oh Tiffany, oh Tiffany. Oh Tiffany, oh Tiffany, oh Tiffany.